So einen Lehrgang würde ich allen Zimmermannen empfehlen, die eine Zeit lang nach der Lehre gearbeitet haben und den Job lieben müssen. Ich bin der Kriegel Früh. Ich arbeite eigentlich seit meiner Lehre als Zimmermann, weil ich diesen Beruf so liebe. Ich habe den Vorarbeiter Holzbau abgeschlossen. Ich bin in eine grössere Firma gekommen und konnte die Kompetenzen brauchen. Und kann sie zu voll einsetzen. Ich bin nicht immer draußen. Ich sehe die Materialbestellung, ich sehe die fachlichen Bereiche oder einfach die Vorbereitungsbereiche. Da sehe ich viel mehr dahinter und habe viel mehr Kompetenz. Mir hat gut gefallen am Lehrgang der fachliche Kontakt und auch der persönliche Kontakt. Man konnte durch diese Kontakte auch mehr fachliche Sachen erfahren und hat das auch immer noch. Das Netzwerk und das hilft einem jetzt noch. Das hat wirklich gelebt, also es war nicht irgendwie eine sture Ausbildung. Es war ein bisschen eine Lebensschule an Teilen. Ich war natürlich einer der Eltern in diesem Lehrgang. Aber das hat es trotzdem sehr interessant gemacht, auch für mich mit den jungen Zimmermannen auszutauschen. Und es ist also kein Hindernis, wenn man Eltern ist. Es ist eine Erfahrung, die viel mehr hilft und einem Sicherheit gibt. Vom Lernen zu Hause war es eine Herausforderung. Ich habe Kinder und alles und man musste sich Zeit nehmen und sagen, jetzt lerne ich und jetzt mache ich für die Schule etwas. Das war schon eine Herausforderung. Und natürlich auch das Lernen selber. Mir hat es auch Sicherheit gegeben im Job, diese Ausbildung. Und man fühlt sich natürlich sicherer und kann viel mehr, auch das Auftreten besser vor den Kunden. Das hat mir schon viel gebracht. Man hat eine Ausbildung mehr, man kann sich mehr verkaufen. Das ist ja so. Auch in unserem Job ist das sehr gefragt, wenn man noch mehr Bildung hat. Mehr Wissen, das ist eine gute Sache. Die Lerninhalte sind alle sehr interessant gewesen. Also ich habe mir Gedanken gemacht, was gefällt mir am besten. Aber es ist so schwierig, weil es ist jede Sparte interessant. CAD, das Zeichnen ist so interessant gewesen. Da habe ich jetzt persönlich sehr viel erklärt. Die Beführung ist auch interessant. Man sieht ein bisschen mehr dahinter, das war hilfreich. Ich habe dank dem Lehrgang eine sehr gute berufliche Position erreicht. Ich war vorher schon in einem Kleinbetrieb, da haben wir eh alles selber gemacht. Und jetzt in einem grösseren Betrieb kommt es natürlich noch viel mehr zum Zug, dass ich einfach die anderen leiten kann. So einen Lehrgang würde ich allen Zimmermannen empfehlen, die eine Zeit lang nach der Lehre gearbeitet haben und den Job lieben müssen. Man muss Spass haben und man muss das wollen. Dann sind sie am richtigen Ort.